hallo meine freunde und herzlich willkommen ich darf euch begrüßen und zwar auf dem pbe ich freue mich natürlich sehr dass ihr am start seid und zwar heute mit dem neuen artrocks und ihr seht schon der typ läuft komplett verrückt was ihr ebenfalls seht ist meine cam ich habe jetzt allerdings leider wie man wahrscheinlich erkennen kann die alte cam wieder dran gemacht die aus dem ui ja die qualität ist zumindest dementsprechend aber ich denke es ist besser als keine ich werde versuchen das zu fixen ja wir werden uns heute mit ich wollte schon wieder kane sagen da habe ich schon wieder von kane gesagt weiß ich mit artrocks beschäftigen und während ich in der champion select war ist mir direkt eins sehr 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 klar aufgefallen und zwar holy shit der hat wirklich gar nichts mehr mit dem alten kane mit dem alten artrocks zu tun denn ja ich habe überlegt was gehen wir gehen wir leave the tempo gehen wir prädel oder gehen wir hier press the attack oder vielleicht doch irgendwie conqueror warum dieser neue artrocks macht gar keine auto text mehr wir sind jetzt ein caster champion mehr oder weniger ich werde euch einiges zu diesem champion noch droppen auf jeden fall habe ich mich dann nämlich dafür entschieden erstmal grundsätzlich für den jungle weil die meisten spielen wahrscheinlich top lane oder woanders und ja so wird es interessant für den einen oder anderen das vielleicht sehen will außerdem alter das schwert ist riesig was ich außerdem informiert oder falsch gesagt habe ist die q macht immer schaden aber wenn wir den mit der klinge treffen dann kritte das ganze macht so viel schaden also es macht wirklich enorm viel der mensch unsere e gibt etwas mehr movement speed beziehungsweise gibt ad es sind glaube ich 10 ad die bekommt dann oder 15 dann 25 35 et cetera pro level ab und wir machen mal die wehre rein zack wir haben ja auch den neuen mauszeiger übrigens schon ja das heißt wir sehen treffen hier alle aber innen drin kritisiert das quasi also es ist relativ einfach zu treffen aber es ist schon wichtig die die das zentrum oder immer die klinge zu treffen ja wichtige information ebenfalls unsere ult gibt so circa 20 ad auf stufe 1 steht leider nicht bei und 40 50 auf stufe 2 es ist halt wirklich komisch wir machen mal jeder zack und so aber wir sterben hier gleich müssen echt ein bisschen aufpassen und dieser champion ist wirklich gar nichts mehr vom alten artrocks finde ich etwas schade der alte artrocks waren autotacker jemand der sich die ganze zeit hochheilt dieser champion kann sich auch heilen aber autotacks suchen wir vergebens scheiße der ist weg das heißt der bot lane ist auch weg kacke das natürlich rip sag mal ach der hat mein bluboff genommen fällt mir gerade mal auf dass er gar nicht da ist ja gg aber ist okay damit werden wir irgendwie umgehen können und müssen das ist natürlich echt schade wer ist denn das hier kindred du kleines missstück da blick auf der bot lane ist okay ich denke der hier wird der schon markiert ist auf jeden fall weg aber wir gehen trotzdem mal gucken wie der champion läuft ist auch übrigens komplett rip der läuft irgendwie nicht motiviert er läuft natürlich wie eine kannte aber nicht wie eine motivierte kannte so zack hier das kann natürlich so ein bisschen kombinieren zack aber ist auch gar nicht mal so einfach hier aber gut dann kriegen wir doch einen taunty sehr schön sogar den markierenden oder ist gerade kindred das ist meiner so wir packen einen punkt in die e jetzt können wir uns auch heilen das ist ganz nett wir gehen mal schnell zu den golems können natürlich kombinieren das bedeutet wir können q und dann unsere e casten die hat drei sekunden cooldown zumindest die charges das heißt wir machen q und können dann so das war jetzt nicht so worth aber ich wollte euch mal zeigen zack na das macht auch ganz netten damage auf jeden fall hier oben werden so dinge angezeigt das ist natürlich rip vielen dank auf jeden fall noch mal übrigens auch an meine mitstreiter bedeutet murder melody miss dragon kade nox und asher duralian razzia das sind die ist auf dem ppe diesmal ging es ganz gut den champion zu kriegen aber meistens ist auch relativ rip ja es fing auch so ein bisschen an wo ich mir überlegt habe wie kann ich denn überhaupt denken da habe ich mir gelögt klar ich kann damit so meine q machen auf die lane aber völliger quatsch ich habe ja nicht mal diesen sturzflug auf die lane ich habe zum denken ich meine vielleicht ist auch nicht unbedingt ein junger champion aber ich habe nichts mir fehlt komplett die mobility der dash geht drei zentimeter weit damit kommst du nicht wirklich weit wortwörtlich wir versuchen mein gang in der mitte zu machen aber also mobility fehlt bei diesem champion komplett er leidert welcher nicht mehr viel mana aber ich bin da wir können nämlich jetzt okay der flash direkt raus wir könnten mal sowas machen ja zack ja das ist nicht das ist okay das hat besser geklappt als gedacht das war aber auch schon eine geburt die skillshots zu treffen ist unglaublich schwer habe ich schon gemerkt also ich habe schon eine runde hinter mir so eine halbe und das ist wirklich wirklich schwierig unsere passive macht übrigens auch das wichtig 9,4 prozent max health damage das war ja auch noch dabei und mehr auto tech range die frage ist das müssen wir mal gucken wie viel auto tech range wir jetzt dazu bekommen das wäre sehr sehr interessant wir gehen meinem tier mat kaufen würde ich sagen vielleicht können wir das sehen weil ich habe eine theorie zusammengestellt nur die q spam ist unglaub dieser champion sauklang unglaublich klank bedeutet er spielt sich richtig nicht smooth nicht flüssig der ist einfach so wie so ein ja keine ahnung wie so ein riesiges styropor dreieck was du dich durchs treppenhaus kriegst obwohl es nur drei gramm wiegt also ich weiß ja nicht ob das das beste beispiel war aber mir fehlt komplett an mobility natürlich am alten arthrox hat auch an mobility gefehlt vielleicht kann man auch seine schwächen übernehmen aber der champion ist ja komplett neu mehr oder weniger da ist ja nichts mehr vom alten übergeblieben und weiß ich nicht also das ist ein bisschen ripp und vielleicht habe ich mir überlegt kann man ja machen q auto tech q auto tech q auto tech um das ein bisschen smoother zu machen und nicht die ganze zeit q zu spammen problem hier sie ist schon level ok ich bin auch level 5 problem hier ist im besten fall treffen wir den gegner hinten mit der klinge wie soll ich denn da ein auto tech landen wenn wir erhöhte range haben durch unsere w würde das gehen wir tun was so als würden wir hier lang laufen und dann kommt sie gleich loll ich lauf direkt hier und dann na schade hätte ja vielleicht klappen können ja hätte ja vielleicht ist ja jetzt obwohl hier hat sie bestimmt gerade auch gewordert wir können ja botland gehen da sieht aus als würde ich da jetzt hingehen und sterben call ist call ich bin unterwegs ich bin langsam ich bin ich also ich bin grob klanky langsam das gibt's doch nicht danke jetzt haben wir allerdings ein problem ich bin mal kurz raus versuche ich zumindest das hat gut geklappt allerdings ich blute heilige scheiße call ist call an dieser stelle aber dieser champion ich wusste gerade auch irgendwie im gedächtnis gar nicht oder also so aus der situation aus gar nicht was es war das ist darius leute darius und garen die sehen einfach komplett gg aus guckt ihr euch mal an diese skins sind komplett krass so wir kaufen uns noch schuhe ist vielleicht gar nicht schlecht mit predator kaufen uns auch mal das macheten ding predator star vielleicht können wir damit was machen aber auch hier so du läufst auf die lane und du hast nichts klar du kannst diese kette so ein bisschen schießen aber du hast unglaublich die kette ist gar nicht so einfach zu treffen irgendwie also weiß ich irgendwie habe ich da schon problem mit gehabt das so wenig was du machen kannst wir machen jetzt mal so zack zack und einmal den ja also der mensch macht die q richtig viel und wenn wir das mit unserer e kombinieren dann kriegen wir natürlich noch mal ad dazu wodurch noch ein bisschen mehr damage kommt wir machen mal den ja zack das ist natürlich eine gute kombination den da zurück zu ziehen und dadurch kannst du das hier besser treffen hängen jetzt die camps gehen das ist gut ich bin unterwegs der ist tot wir können mal die ganze farm einsaugen das ist ganz nett den farm sauger meine freunde und das ist nett und den hängen stopp du kriegst eine kette ab zurück mit dir wir sind auch sehr sehr weich muss man sagen wobei das natürlich absolut gerechtfertigt ist weil wir full damage bauen alles andere wäre nicht gerecht ich meine okay wir haben lifestyle so ein bisschen zumindest in der theorie wir müssen auch mal smiten dann kriegen wir ein bisschen was das ding ist kindred kann jetzt hierher kommen dann bin ich wahrscheinlich tot vielleicht gehören sie sich auch gerade mein bluboff vielleicht auch hier drin wer weiß wer weiß okay sie ist da drüber gegangen kann ja mal ich habe halt kein obwohl ich hab's meint das meiner grazia hier für dich mit der weh gekillt leute hier unten kommt auch immer so ein fettes weißes so ein falter weißer block Da müssen wir jetzt mal ganken ich will jetzt mal einen geilen gankmann so wir laufen auf die lane am besten wäre erst ein knock-up zu landen und dann die weh wäre eigentlich von der idee besser aber okay ich komme an weh drauf q zu früh gemacht oh sie ist sogar weggekommen aus dem ding na gut dann nehme ich alles zurück dann nehme ich alles zurück ich glaube wir gehen nochmal im fix shoppen das heißt erst auf die lane laufen den gegner knock up ich komme brauche im kamen aber ihr seht ich bin ein klank im mann so klanky und ich habe das ding verfehlt und hier auch wieder ich habe noch ein ach scheiße das ist der nahkampf knock up gewesen ja gut ich mache jetzt einfach mal roti ab und dann gucken wir mal was passiert q q q kommt schon irgendwas verdammte axt okay man muss natürlich fair sein ganz ganz wichtig und fair nur weil das jetzt kacke aussieht heißt nicht dass der champ kacke ist sondern das heißt dass vielleicht ich kacke bin manche champions muss man einfach erstmal lehren ich erinnere mich sehr sehr gut an aurelion und aurelion hat mir null prozent am anfang gefallen dieser champion war komplett kacke aber es hat sich herausgestellt dass aurelion doch ziemlich gut ist auf seine eigene art und weise und vielleicht gehört das und gilt das auch für diesen champion dass man hat erstmal so ein bisschen reinkommen muss nicht wahr vielleicht spiele ich auch mit dem komplett falschen ruhen wobei ich denke der rote baum schon gut ist wir haben da diesen dash drin wir haben also die armor penetration wir haben außerdem raven ist hunter drin ich denke das macht schon alles sinn irgendwie okay nehmen wir die mal weg hier zack und nochmal den wahrscheinlich gibt es auch eine wirklich gute kombination in welcher reihenfolge man den ganzen bums machen muss so jetzt die frage skillen wir die w oder die e die e gibt weniger cooldown zwischen den charges wir skillen diesmal die e ich habe letztes game mal die w gemacht und ich meine ich treffe die we nie von daher ja glaube ich bin könnte hier drin sein ja ist sie sogar ich habe es getroffen und jetzt machen wir das so ich sehe nichts ich sehe nichts ich sehe nichts aber gut dass du da reinläufst das gefällt mir ich habe mir extra das blaue smite genommen damit ich ein bisschen besser meine spells vielleicht treffen kann jetzt gehen wir nämlich hinterher jetzt machen wir unsere q und charge nach hinterher und nochmal so hier mayonaise verdammte axt also weiß ich nicht was mir übrigens auch aufgefallen ist ich muss einfach ich drop einfach nur meine meinung ihr könnt euch eure eigene meinung bilden ihr könnt gerne sagen ne tobi das ist quatsch weil du hast einen mayonaise kopf oder so ihr könnt ne ihr müssten nicht gleich für wahre münze nehmen und das vielleicht es gibt jeder sagt was anderes ganz wichtig aber ich persönlich finde die ultimate macht gar keinen sinn es gibt champions da ist die ultimate macht sinn das heißt zum beispiel einfach mal bei keine ahnung du machst deine combo und dann machst du eine ultimate und dann schippt der gegner so ungefähr und ich habe gerade nichts getroffen ne so ganz grob ungefähr bei k alter bei atrox ist es so klar es ist so ähnlich wie bei riven du kriegst mehr ad okay du hast ein blut pool und du kriegst ein bisschen move und speed das ist alles nett aber ich habe nie so das gefühl okay jetzt ist der geile moment für old klar ich kann jetzt predator machen und jetzt mach ich old an das ist nett so und jetzt machen wir nämlich hier solche moves und machen nochmal das hier und machen jetzt das hier das ist cool aber ich finde das ist halt so ich finde nicht dass es synergiert das ist was ich euch damit sagen möchte dass ich wirklich das gefühl habe die ult passt gut zu ihm das ist und das ist einfach eine ult die hätte sie auch jeden anderen champion geben können mehr oder weniger das ist nett das ist auch nett das ist auch nett allerdings das ist nicht nett das ist wiederum nett ich glaube ich sterbe aber ne okay sie ist dumm sie ultet sie versucht aufzumauten okay das war dumm hier hat man gesehen wie sowas funktionieren kann ich glaube ich habe alle q's getroffen also mit knock-up das war nett aber gucken wir uns das mit der ult nachher nochmal auf jeden fall ein bisschen an klar du kriegst move und speed das ist gut um ranzukommen das ist worüber ich mich sehr beschwere die ganze zeit ich glaube die ult ist halt wirklich du musst sie vorne von am kopf du musst sie ein bisschen vorher casten ich glaube wir nehmen uns doch die golems mit kriegen wir das so hier hin so ne schade nochmal so und zack ich meine der damage auf den minions durch das dritte q ist sehr sehr gut ich meine ganz am anfang muss ich sagen wo ich orn gespielt habe orn hat sich auch unglaublich klanky angefühlt ich glaube da könnt ihr euch noch dran erinnern richtig unschön so und im nachhinein war orn aber doch sehr sehr stark so ich habe den plan wir gehen auf black cleaver auch wenn das glaube ich keinen sinn macht weil wir also grundsätzlich macht es sinn weil 20 prozent cd wahrscheinlich sausau geil sind für uns andererseits macht es wahrscheinlich keinen sinn meine kamera ist echt rip das ist so ja ist einfach rip andererseits macht keinen sinn weil wir wir machen so drei qs vielleicht noch eine w die w ja und irgendwie bis dann ist ja schon alles raus und dann haben wir gerade mal so drei vier stacks drauf wir können mal gucken wie ich hätte gern ich hätte bock auf flash w ich glaube das machen wir zack flash w und jetzt die q hier drauf ein bisschen zurück sehr ja also ja so ungefähr kann es aber funktionieren kann es funktionieren aber längst braucht mir natürlich viel flash dafür wir gehen jetzt mal top lane ich würde auch sie gerne battlen ehrlich gesagt so das nimmst du jetzt okay das nicht hier aber den ah das hat sogar und jetzt hier rein ah schade ich wäre dachte sie wird noch zurück gezogen nun gut wir gehen jetzt top lane vielleicht kommt sie auch nochmal wir machen predator und let's go predator let's go garen gingnaus the epic battle die frage ist ob er oben wegläuft oder unten oder oben oder unten so jetzt machen wir die w da drauf und jetzt machen wir ah er flasht raus aber hier muss man auch sagen die chance aus dem w rauszukommen war super hoch weil die ja so seitlich war ne na gut er ist geflasht möchten wir mal so mit leben ähm red buff ist sie hier oben wir gehen mal in die mitte das ist auf jeden Fall noch battle action wir machen jetzt die ultimate an wir gucken wie viel movement speed wir kriegen Leute wir machen sie einfach mal jetzt an 100 ist viel ist wirklich viel ist wirklich 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 viel also ja vielleicht hilft ihm das doch schon an die gegner rein ranzukommen aber ja ja oh mein q ist ausgelaufen nein let me go 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 oh uuuh aaaaaaaui ich würde sie gerne mit einer w treffen oder irgendjemand von denen weh 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 die will auch noch kommen die will noch ei oh schade haben wir uns gegenseitig umgebracht kacke ähm ja black cleaver ist fertig wie gesagt ich denke nicht dass es geil ist ich denke eher so ein dev stance ist richtig gut aber ich wollte halt jetzt nicht full damage gehen also so ein bisschen tankiness wollte ich haben glaube ich ich denke dev stance ist besser aber cdr du musst halt dein kid spammen deine qwe du musst das ganze zeug einfach durchspammen die ganze zeit damit da irgendwas kommt gute items ja weiß ich nicht ne ich meine wir müssen auch unsere audits mehr nutzen ne diese passive 12% maximum health damage das ist viel für ein auto attack ist das wirklich viel das muss ich nutzen irgendwie ich brauche mal schuhe fällt mir grad ein dann würde ich auch mal ein bisschen an den gegner rankommen ich habe hier nur diese holz sandalen die sind ein bisschen rip die sind ein wenig rip ich finde trotzdem der champion fühlt sich clunky an das sage ich jetzt einfach mal das ist meine meine so aber er hat ein großes schwert ich meine große schwerte sind schwer das muss man einfach mal berücksichtigen habe ich ihn getroffen oder ist er überhaupt da er ist da zack und ja wenn das natürlich mit der kombiniert mit der e dann macht das halt auch nochmal schön schaden dann muss man einfach sagen so wir machen jetzt Predator an Predators an Freunde und jetzt geht's los wir haben leider kein Ult die hat einfach Jahre cooldown 84 geht eigentlich jetzt machen wir unsere W da rein jetzt machen wir unsere Q da rein machen wir nochmal ja wir machen einfach irgendwas ja ja ne also ich glaube dieser champion wird todes krank kitebar sein also wirklich tot außer er ist in seiner Ult aber dieses Move und Speed ist nur am Anfang wenn ihr out of combat seid wenn ihr in combat seid habt ihr nicht diese plus 100 Move und Speed das ist nicht das ist nur zum rankommen ich finde es ja okay dass ein Champion so eine schwache Stelle hat ne Nao ist auch todes kitebar und das ist fair Maschinen sollten kitebar sein also Champion Maschinen also Zerstörmaschinen dann werden gleich Ult wir können mal gucken ob wir sollen wir mal diven wir diven gleich wir machen einfach mal ein Dive wenn wir Minions hätten allerdings oder auch so das heißt wir machen jetzt wir machen jetzt die Ult an und let's go und jetzt geben wir ihm die W und jetzt geben wir ihm die Q ungefähr irgendwie so wieso hat meine W nicht reingezogen der war doch noch da drin oder ja ist okay ne ist okay hier du kriegst das zack und jetzt geben wir ihm das hier mit und das hier mit und das hier mit also es ist schon okay ne die ganze also es macht schon alles irgendwie Sinn es synergiert schon alles außer die Ult weiß ich nicht die gefällt mir nicht weiß ich nicht gefällt mir nicht beim alten Atrox fand ich das ja noch okay du kriegst AD dazu du bekommst unglaublich 4 Tech Speed dazu und du bekommst unglaublich 4 Move & Speed dazu äh nicht Move & Speed Stopp Attack Speed Attack Range und Attack Damage ich glaube die 3 Sachen sind's und dadurch hast du einfach die Möglichkeit übel krass zu Lifesteal Auto Attack Auto Attack Auto Attack Na das ist so das synergiert das ist ein Kit das einzige was mit der Ult synergiert ist dass ich rankomme und mehr AD habe weiß ich nicht gefällt mir nicht lassen wir es aber jetzt so stehen ich will jetzt nicht 30 Minuten drüber reden Toplane gehen wir nochmal hin hab ich eigentlich gesagt dass die da wir haben Predator schmeißen wir mal an den Laden hier let's go da 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 und hoch mit dir ja ähm ne wir waren wahrscheinlich in die Mitte wir haben wieder Ult mal gucken wie gut die Ult dieses Mal wird vielleicht bin ich mir auch einfach ein Bären auf das kann sein aber let's go da ist Blitzcrank ne der ist richtig on fire on fire on fire on fire oh das hat nicht getroffen really oh was stoppen stoppen sie ok dann holen wir uns der irgendwas holen wir uns jetzt alter ist mir egal scheiß auf Minions wir holen uns jetzt was ich könnte jetzt Ult an machen aber ich glaub der läuft einfach weg ne ok Ult ist an let's go W ist draußen Q ist auch draußen wir drücken jetzt einfach alle Tasten ja ungefähr so ich mein ich kann mich nochmal heilen Heilung ist da Kampfft ah ok das waren jetzt auch drei noch ne ich dachte das wäre mein mate ja vielleicht muss man vielleicht kann das ja so irgendwie geil machen so vielleicht kann man wirklich halt Nahkampf Q-Auto-Attack Q-Auto-Attack wir können es nochmal testen und vielleicht kann man diese animation canceln und vielleicht kann man diese animation mit Tiamat canceln wir kaufen uns erstmal Ninja Deaths und Deaths vielleicht soll ja wir gehen Deaths Dance ich mein vielleicht sollte ich Tank gehen vielleicht wäre es klug Full Damage ist natürlich immer so ne Geschichte aber mal sehen für alle die es interessiert Pike wird übrigens gerade auch auf dem PBE der bekommt bessere AD Scalings auf Q und Ult ne auf E und Ult dafür aber weniger Base Damage bedeutet du musst mehr AD bauen damit er gut ist soll das Action ich bin unterwegs almost wir testen jetzt unsere Cancellation am besten am Drake das wäre eigentlich perfekt ok die hat auf jeden Fall Bock das ist gut eigentlich ha und das ist ja Predators an ah ich bin ein Messer man verdammte Axt im Himmel das gibt es nicht die hole ich mir das ist mir egal das ist mir wirklich egal danke aber da merkt man ich mein Quinn ist gut im Kiten aber da merkt man Mayonnaise, Mayonnaise, Mayonnaise wir packen mal Pop. und W ich denke Wmax als zweites macht mehr Sinn als E bin ich ehrlich aber wie gesagt ich hab das letzte Game mit Wmax getestet und ich triff die W einfach nie und deswegen hab ich mir gedacht so wir testen jetzt mal wir lassen uns nochmal auslaufen hier wir wollen ja einen Only Test so Q vielleicht ist das ja was Q Autotech Q Autotech Q Autotech hmmm weiß ich nicht kann man drüber diskutieren ich denk mal dass es nicht Sinn macht aber ich wollte es mal angesprochen haben so ich bin da Boys Ultimates an äh leider ist hier kein Mate das ist ein bisschen schlecht würde ich sagen aber ich hab Bock na wir sparen unseren letzten Charge auf wenn wir gleich wieder ein Spell haben zum Beispiel so oh so ne so aber jetzt danke hier kommt noch das Ding dazu ah stopp nicht dein Ernst nicht dein Ernst ah der will noch der will noch ich weiß dass der will der will der will auf jeden Fall der kommt Leute der kommt nein nicht du ok also die eine Q damit hätte ich ihn killen können die 3 dritte Q die habe ich komplett verkackt ähm ich meine du hast enorm viel Counterplayer und Schein dagegen ich meine ok ich habe halt auch echt kacke gespielt ne ich habe alles verfehlt ähm aber das ist ja gut dass ihr sowas seht ne das ich finde das echt gut ich versuche in einem PBE Video also ich nehme verschiedene PBE Videos auf ne das Ding ist in dem Game was ich davor aufgenommen habe warum nehme ich in der zweite Runde auf normale will ich normalerweise will ich meine First Impressions direkt droppen aber wenn ich in einer Runde nicht zeigen kann was der Champ kann und was er nicht kann dann ja zum Beispiel manche Runden sind einfach nach 15 Minuten vorbei so richtig rip vorbei und das gefällt mir gar nicht und dann versuche ich halt meistens nochmal ne Runde aufzunehmen und hier kann man halt schön sehen was kann er was kann er nicht ne oder muss man halt selber auf was können ne man muss sich vielleicht ein bisschen konzentrieren vielleicht muss ich auch Froster mal dazu packen mehr Auto-Tags machen ich glaube ich spam zu viele Qs vielleicht ist das der Fall vielleicht sollte man die nicht so krass spammen wir gehen jetzt mal oh der lebt noch geile vielleicht sollte man ich meine die Q mal guck mal der Auto-Tag hat 650 Damage gemacht das ist echt nicht schlecht 870 das semmelt sollen wir jetzt Predator haben und dann gehen wir irgendwo hin irgendwo ich werde zwar gesehen aber ist egal ich bin der Läufer da ist Action ähm vielleicht sollten wir oben nochmal gutes Predator übrigens aber es hält noch ein bisschen es hält noch let's go Leute ha okay das war schon mal nix jetzt nicht schlimmer bis es gleich ich mach ult an dadurch bin ich auf jeden Fall schon mal am Leben ein bisschen so jetzt machen wir das zack ähm und den und äh ja ich glaube ich hab wieder nichts getroffen aber es passt so wir sehen 93 Move and Speed wenn ich gleich Out of Combat wäre wird es nochmal mehr werden aber ja ne guck mal so wir checken mal checken mal seinen Lifestyle ab der ist ja jetzt natürlich ziemlich gut weil wir schon hier 18,75% drin haben wir gucken mal Q ja also das ist schon okay ne kann man mit leben da packen wir nochmal einen Punkt ins W rein also der läuft halt nicht motiviert nicht so als wäre er ein ja er läuft halt wie eine Kante aber nicht wie so ein Zerstörer so läuft man wie ein Zerstörer das ist okay das ist absolut okay aber so läuft man wie so ein Hafensänger oder so ich bin ein Hafensänger und singe am Hafen klok das sieht ja komplett kacke aus Alter was ist das denn bitte was ist das der haut mit der Seite drauf wie dumm sieht das aus oh my goodness der will fighten der will fighten wir nehmen das auch an ähm der läuft halt einfach raus rip rap jetzt wird gefeiert jetzt habe ich allerdings leider nichts mehr ready ja ähm gut das ist okay ich meine der Darius ist super Boss ne 10,7 ich meine ich bin auch 14,5 aber Darius ist immer stark also da darf man wirklich nicht ähm der würde mich auch wenn ich 15,5 Talon wer könnte der mich umbringen ne also könnte Darius ist immer gefies so letztes Item also wir könnten halt wirklich für einen Frosttourmer gehen dann müsst ihr aber auch echt mal anfangen Auto-Tags zu machen Frage ist das müssen wir gleich mal gucken ob Auto-Tags Sinn machen denn bei Riven ist es so du kannst die erste Cue casten und der Cooldown läuft schon ab von der kompletten Combo bedeutet du machst du noch eine Cue, noch eine Cue und wenn du es richtig langsam gemacht hast kannst du instant wieder queuen die Frage ist ob das bei Aatrox genauso ist oder nicht wir kaufen erstmal ein Schwert ne erstmal ein Schwert kaufen das bedeutet wir machen jetzt wie viel Cooldown hat der Mist sieben Sekunden wir zögern das jetzt mal komplett raus und dann gucken wir ob da steht ob da jetzt gleich steht sieben Sekunden ob da gleich steht eine Sekunde ok seht ihr es ist direkt wieder ready bedeutet Auto-Tags wären ok das bedeutet es weil ich kann die dazwischen packen wäre das nicht der Fall dann wäre es am besten wenn ich Cue permanent durchspamme smite naja nice 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 jetzt aber wiederum die Frage sind Auto-Tags worth weil ich meine ich kann mein Kit echt krass spammen mehr oder weniger mehr oder weniger ja doch ich glaube ich sollte das ich habe so 4 Sekunden circa oder 2 wenn ich so Auto-Tags mach so 2 1 Sekunden Schauen wir mal testen wir mal Problem ist nur ich will ja mein Damage schnell wie möglich rauskriegen weil ich sonst einfach sterbe wobei Auto-Tags echt wichtig sind weil ich ja auch diesen Heal Reduce drauf packe gerade gegen gegen äh Darius Alter die Auto-Tags ne gegen Konstrukte Alter das sieht echt nicht gut aus du so jetzt haben wir 4 Punkte B wenn ich damit jetzt keinen geroutet kriege dann weiß ich auch nicht Nasos 1 on 1 ich fack einfach mal just for testing ok hier gehts schon los dann dann ist just for testing jetzt hier just for testing läuft grad weg von mir jetzt kommt er wieder oder was ok wir haben aber gleich die Spells ready allerdings sind grad sehr sehr viele Gegner mir hinterher ich glaube jetzt das ist nicht fair was ihr macht aber ist egal da geh ich rein der erste wäre tot schon Vera aber nur Vera aber nur Aloe Vera ja ich lebe noch ich sehe nichts danke ähm ja ja ich meine das war auch echt handicapped ne Kindred Old ist schon schwierig die hat sich ziemlich früh rausgekriegt ehrlich gesagt wir kaufen jetzt ähm Trinity wäre ok wir kaufen einfach erstmal das Ding dann gucken wir äh Trinity ich meine äh hier äh Sterex wäre ok Titanic vielleicht ich meine rein in der Theorie wäre Trinity echt stark so Q out attack Q out attack Q out attack aber boah weiß ich nicht ich finde der Champion ist clunky na na nee oh na 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 und ich denke mit 15,6 kann ich das auch behaupten da wäre ich jetzt 0,16 dann wäre ich natürlich so ein Bob und würde sagen boah der Champion ist voll scheiße und andere YouTuber sind so 20,0 ne wobei hier auch immer wichtig ist ne Leute hier du könntest auf dem PPE sogar mit dem allerschlechtesten Champion LoL 20,0 gehen also vielleicht nicht 20,0 aber 15,6 das würde gehen wer ist der schlechteste Champion Guard keine Ahnung pfff Asie du könntest ja alle wegrasieren es würde gehen ja das geht ich würde jetzt auch gerne mal jemanden rasieren mit Audotext rasieren hat äh Naus irgendwas geschrieben ne hat er nicht hat er nicht man guckt, 1000 Schaden, Leute ich meine, ich bin full damage, ich hab 400 AD bin super ultra weich ich glaube, so weich sollte man nicht gehen also man sollte schon so auf 3000 AP kommen, denke ich viel zu weich bin ich aber, das ist ja jetzt just for testing Darius one on one for testing also ich werde auf Small kriegen, von Nasus oder auch von Darius, aber ich will einfach mal testen äh, wie das so funktioniert, so you won't win, of course äh, stopp of course I won't win ja, dann nehmen wir den hier also ich weiß, dass ich nicht gewinnen würde aber, ich weiß nicht, ob ich ulten muss ich glaube nicht Alter, guckt euch den Mann an hier, Alter, der stirbt ja gar nicht was ist denn los mit dem, bleib hier und jetzt zurück, ha na schön, okay, das ist guckt euch an, ich komm nicht hinterher, der den Mann jetzt aber peng da komm ich wieder nicht hinterher die dritte Q ist kacke die dritte Q ist kacke so, jetzt machen wir auto tech Q Q Q auto tech auto techs noch mehr auto techs jetzt into auto tech, wir sind tot aber das war auch nicht fair um ehrlich zu sein weil ich hab ihn gekillt oder hat er hat er mir grad jemand geholfen Ezreal oder so kann sein ähm ja, also es war auch nicht fair weil ich ja die ganze Zeit vorher gegen Nasus gefightet hab ne also ich hatte ja auch, glaub ich, meine ja, ne, ult, weiß ich nicht auf jeden Fall war das nicht fair so, du Monsieur, kommen sie okay, sie ist halt auch gar nicht so einfach zu treffen ne, wir machen mal Prater Schuhe an oh, der Wolf hat mich gebissen Kackstück, Alter die treffen wir nicht, Alter ich glaub, Kinder zu treffen mit der QSGG getroffen so gehen wir mal schnell nochmal shoppen ha so, ich will jetzt ein 101 Dragon Pit Sir jetzt hab ich halt Baron Buff das ist nicht fair aber ist egal das muss er ja nicht wissen also das weiß er aber muss, muss er ja nicht das ist ja, ähm either Nasus or no okay ja ihr könnt mir absolut gerne eure Meinung zu dem Champion droppen da bin ich absolut gespannt drauf außerdem könnt ihr mir droppen wie oft dieses Mikro in dieser Aufnahme ausgegangen ist das hat aktuell Probleme und ich denke, ich muss es wieder einschicken leider das, ich kann mir nicht das muss ein technischer Defekt sein alles kann ich mir nicht erklären ähm ich wünsche euch was vielen Dank auf jeden Fall auf Wiedersehen und tschüss und Vielen Dank.